Mein Problem mit Fußball ist, ich verstehe nicht, wieso die ganze Welt durchdreht, wenn Menschen einen Ball in ein Netz dreschen. Netball, Fußball, Basketball. Ich habe keine Zeit, einen Ball zu treten. Der Ball, den sie treten, ist mein Schädel und der meiner Ahnen. Das war nämlich das Spiel in der Zeit der Sklaverei. Dieses ganze Arena-Ding. Wie soll ein Mann mit meiner Weisheit Spaß daran haben, Männern zuzuschauen, die einen Ball treten und ihm nachjagen? Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun.